Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Frederik Reichert. Ich bin Professor hier von der Fakultät Wirtschaft und Technik und im sechsten Semester Bachelor Mechatronik gibt es das Fach Fertigungsorganisation und Qualitätsmanagement und BWL. Und darin behandeln wir zum einen von der Fertigungsseite. Wie sieht eigentlich eine Fertigung aus? Was gibt es für unterschiedliche Kriterien? Wie kann man Fertigung eigentlich beleuchten? Und ein großer Aspekt da drin ist auch die Fertigungsplanung. Also wie kommt man von der Produktentwicklung, von einem Produkt zu einer Fertigungslinie? Welche Prozesse sollen eingesetzt werden? Und das Ganze wird da drin beleuchtet. So, und das zweite Teilmodul BWL, also die klassische Betriebswirtschaftslehre. Hier ist die Fragestellung, welche Kosten verursacht ein Produkt? Was sind Kostenmodelle? Wie sieht eine Bilanz aus? Verschiedene Handelsformen, Wirtschaftsformen werden geklärt. Also um gerade auch Sie im Fach Mechatronik der Betriebswirtschaftslehre noch etwas näher zu kommen. Also, wir freuen uns auf Sie. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.